Hi, ich bin Ben und das ist Was geht ab mit den Happy News am Montag. Könnt ihr euch noch an die Story von Brittany aus Texas erinnern? Brittany hat einen Hirntumor und vor einem Jahr sah es noch so aus, als ob sie sterben müsste, weil sie keine Krankenversicherung hatte und sich die Behandlung nicht leisten konnte. Jetzt ist sie schwanger und ihre Symptome, also Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen und Schwindelgefühle sind so gut wie weg. Aber fangen wir nochmal von vorne an. Brittany suchte vor etwa einem Jahr einen Arzt auf, weil sie unter den eben genannten Symptomen litt. Es stellte sich heraus, dass sie einen Tennisball großen Gehirntumor hat. Wie viele Amerikaner hatte Brittany keine Krankenversicherung, weil die mit etwa 600 Dollar im Monat einfach zu teuer gewesen wäre. Außerdem wurde man damals zu diesem Zeitpunkt nur schwer von einer Krankenkasse aufgenommen, weil man ja schon gesundheitlich vorbelastet war. Sie arbeitete damals als Kellnerin in einem Restaurant, das dem Deutschen Michael de Bayer gehörte. Als dieser von ihrem Schicksal hörte, stellte er sein Restaurant zum Verkauf, um ihr die Behandlungskosten bezahlen zu können. Durch das großzügige Angebot ihres Chefs gab es natürlich einen riesigen Medienrummel und so wurde auch ein Veteranenverein auf ihre Geschichte aufmerksam. Der Verein bekam genügend Geld zusammen, sodass sich Brittany eine Krankenversicherung leisten und ihr Chef sein Restaurant doch behalten konnte. Und in der Zwischenzeit wurde Obamas Reform Obamacare eingeführt, die Kassen dazu verpflichtet, jeden Patienten, auch Schwerkranke, aufzunehmen. Und als ob diese Geschichte nicht schon konfus genug wäre, hat sich jetzt herausgestellt, bei einer neuen, genaueren Untersuchung, dass Britannys Tumor eigentlich ungefährlich ist. Ja, das bedeutet für Brittany, sie kann sich jetzt erstmal auf ihr Töchterchen freuen, dass sie erwartet und die Symptome sind auch weg. Also alles eigentlich gut. Außer das Teil, was in ihrem Kopf noch drin ist. Ob es nicht bösartig ist. Auch wenn es schon etwas länger her ist, wollen wir euch diese Aktion nicht vorenthalten. Der 1. FC Nürnberg hatte Ende Oktober 3500 Flüchtlingen Freikarten geschenkt. Flüchtlinge aus Nürnberg, Fürth und Zürndorf waren zu dem Spiel des 1. FC Nürnbergs gegen den FC St. Pauli eingeladen. Der Verein wollte den Menschen, die ja einiges hinter sich haben, damit eine Freude machen und sie auch gleichzeitig mit Deutschen in Kontakt bringen. Und natürlich lernten sie auch einen wichtigen Teil der deutschen Kultur kennen. Der Wischfußball. Das Spiel endete übrigens mit einem Unentschieden mit 2 zu 2 und für die Flüchtlinge dürfte es eine schöne Abwechslung gewesen sein. An so einer Aktion können sich andere doch auch mal ein Beispiel nehmen. Es gibt ja wenig Sachen, die mehr nerven als ein leerer Handyakku, wenn man einen wichtigen Anruf erwartet oder eine wichtige Nachricht versenden will. Aber es gibt viele Lösungen und das ist die gute Nachricht und eine davon ist die folgende. In Zukunft könnte es nämlich möglich sein, den Handyakku per Tag-Nacht-Rhythmus aufzuladen. Das funktioniert, indem elektrochemische Zellen Energie aus Temperaturunterschieden gewinnen können und tagsüber ist es ja bekanntlich wärmer als nachts. Die Idee dazu hatte ein Forscherteam vom MIT aus Massachusetts in den USA, die jetzt einen Prototypen entwickelt haben. Bisher muss der Temperaturunterschied aber noch ziemlich groß sein, zwischen 20 und 60 Grad Celsius, damit die Energiegewinnung funktioniert. Die Zelle besteht aus speziellen Elektroden, die durch eine wässrige Lösung aus Salpeter verbunden werden. Sie wechseln bei bestimmten Temperaturen dann ihre Polarität, wodurch sich eine Spannung aufbaut und das bedeutet, es fließt Strom. Noch schafft es die Zelle zwar nicht, aus der Umgebungswärme viel Energie zu gewinnen, aber die Wissenschaftler glauben daran, dass die Idee weiter verbessert werden kann. Sie wollen daraus ein System zur Stromgewinnung bauen, das in abgelegenen Gebieten verwendet werden kann. Hier gibt es noch eine News über Solarradwege in Holland und hier über einen Akku, der sich durch Bewegung auflädt. Und apropos Akku, in welcher beschissenen Situation war euer Akku denn schon leer? Vielleicht als ihr auf eine Freundin gewartet habt, ja, als ihr vor dem Kino oder so standet? Postet es unten in die Kommentare. Ansonsten unten in der Videobeschreibung noch die Links zu Facebook, Instagram und auch zu meinem Kanal. Und hier gibt es den Abonnieren-Knopf, draufklicken und kein Video mehr verpassen. Tschüss und ich gehe jetzt Akkuladen.